Ich bin Emilia Roig. Ich bin Aktivistin, Wissenschaftlerin, Queer, Jüdisch, Französin, vielleicht auch ein bisschen Deutsch, Mutter und Afropäin. In meinem Leben spielen alle Facetten meiner Identität eine Rolle. Also sie sind alle untrennbar voneinander. Also ich bin eine Frau, eine Cis-Frau. Ich komme aus Europa, also bin hier geboren, aufgewachsen, aber von Eltern, die aus Algerien und Martinique kommen. Also französischer Kolonialismus spielt auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Ich bin zusammen mit einer Frau, eine andere Cis-Frau zusammen und beruflich spielt meine Arbeit auch eine wichtige Rolle. Also Aktivistin, Antirassismus, Feminismus sind sehr wichtige Themen bei mir. Ich widme meiner Arbeit, also das Aufbrechen von allen Unterdrückungssystemen. Das heißt Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus. Und ich bin Gründerin des Center for Intersectional Justice. Intersektionalität heißt Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung zu bekämpfen, Ungleichheiten innerhalb von Ungleichheiten sichtbar zu machen und zu bekämpfen natürlich und Minderheiten innerhalb von Minderheiten zu empowern und sichtbar zu machen. Ich habe mein Studium angefangen und habe noch nie über, also weder über Postkolonialismus noch über Queerfeminismus oder über Intersektionalität gehört. Die Namen von Bell Hooks, Audre Lorde, Sojourney Truth, Kimberley Crenshaw wurden einfach nicht erwähnt. Und erst als ich promoviert habe und mir selber eben die Quellen aussuchen könnte, bin ich dazu gestoßen. Und das hat wirklich meinen Weg komplett geändert, weil endlich gab es ein Wort, gab es Theorieansätze, die mir geholfen haben, meine Lebenserfahrung zu artikulieren. Und das war sehr, sehr machtvoll als Gefühl, weil ich habe mich ähnlich gesehen gefühlt und ich musste mich nicht mehr mit der weißen, eurozentristischen, männlichen Wissenschaft identifizieren und auch nicht mehr versuchen, eben Teile von mir auszublenden. Also in meiner jüdischen Familie war mein Schwarzsein, wurde mein Schwarzsein öfter auch als, nicht als Problem gesehen, aber trotzdem nicht völlig akzeptiert. Auf Martinique habe ich mich auch aufgrund meines Light Skin Privilege auch nicht ganz wohl gefühlt immer, weil ich bemerkt habe, dass ich dadurch wesentliche Privilegien auch erfahre und wollte das auch nicht verleugnen. Dennoch wollte ich mich da wohlfühlen und als Teil eben der Familie und genau deswegen, also ich muss sagen, dass für mich, was eine wichtige Rolle gespielt hat, ist dieses Zusammenspiel von Privileg und Benachteiligung und Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit und Intersektionalität hat mir dabei sehr geholfen. Beide Identitäten sind sehr prägend. Ich würde sagen, dass meine schwarze Identität dadurch, dass ich nach außen auch als schwarz gelesen werde, hat sie mich tiefer geprägt und ich habe antischwarzem Rassismus auf intensivere Art erlebt als Antisemitismus. Und ich habe auch antischwarzem Rassismus in der jüdischen Community auch erlebt. Und es gibt sehr viele schwarze Jüden, auch hier in Deutschland. Aber das ist eine Identität, die meist ausgeblendet wird, weil wir projizieren meistens Weißsein auf jüdisch sein. Auf der beruflichen Ebene, auf der aktivistischen Ebene war Intersektionalität oder ist Intersektionalität extrem wichtig, weil es zeigt uns, dass es unmöglich ist, Unterdrückung zu bekämpfen, ohne an der Quelle zu gehen. Ich habe angefangen zu studieren in Frankreich, angewendete Fremdsprachen und dann hatte ich auch ein bisschen so einen Umweg gemacht, wie das auch für viele schwarze Menschen in europäischer Universität der Fall ist und auch im Bildungssystem. Danach habe ich Jura studiert, bin nach London gegangen, habe da ein Jahr studiert. Dann war ich in Berlin an der FU, an der Jura-Fakultät, habe mein MBA International Law and Business absolviert. Erst danach habe ich angefangen, so ein bisschen in der EZ zu arbeiten, in der sogenannten internationalen Zusammenarbeit oder Entwicklungszusammenarbeit und habe unter anderem für die UN und für die GIZ gearbeitet, in Kambodscha und in Tansania, Uganda und Kenia. Und nach ungefähr zweieinhalb Jahren habe ich bemerkt, dass es nicht möglich war, für mich in diesem Feld zu arbeiten, aufgrund der sehr tiefe, ankehrten kolonialen Muster und der systemischen Rassismus, der in diesem Feld herrscht. Und ich habe mich entschieden, zurück nach Europa zu kehren und mich trotzdem Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu widmen, aber nicht mehr weit weg, sondern hier im Kern, da, wo ich auch mehr Legitimität gesehen habe, für mich daran zu arbeiten, nämlich Europa. Und ich habe eine Promotion angefangen in Politikwissenschaft und im Rahmen dieser Promotion bin ich nach New York gefahren für einen Forschungsaufenthalt an der Columbia University und da habe ich Kimberly Crenshaw getroffen. Und das war der Anfang einer sehr wichtigen Phase für mich, sowohl persönlich als auch professionell, die mir eine Welt geöffnet hat, zu der ich bisher keinen Zugang gefunden hatte. Weil zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine sehr charismatische schwarze Professorin vor mir, die auch eine ähnliche gelebte Erfahrung hatte. Also natürlich sind wir auch schwarze Menschen sehr, sehr vielfältig und das heißt nicht, dass nur, weil wir schwarz sind, wir die gleichen Erfahrungen machen, aber wenigstens gibt es eine Sache, die wir teilen und das ist, uns durch die Welt zu bewegen und als schwarz gesehen zu werden und diese Identität eben ständig zu verhandeln und auch damit umzugehen. Und die als Professorin zu haben, umgeben von anderen schwarzen Menschen, schwarzen Frauen, war für mich eine sehr besondere Erfahrung und sehr empowernde Erfahrung. Ich merkte zum ersten Mal, dass ich eben über Rassismus, über Sexismus, über systemische Diskriminierung sprechen konnte, ohne das Gefühl zu haben, dass ich meine Worte schön packen muss für ein weißes Publikum, das meistens auch sehr verletzlich reagiert. Und ja, in einer Universität und auch eine sehr renommierte Universität in den USA das nicht machen zu tun, war für mich die komplette Ausnahme, weil vorher war ich in der französischen und der deutschen Akademie, was da, also Universitäten und Forschungszentren, die eben sehr eurozentrisch richtig waren, wo ich teilweise auch Rassismus erfahren habe und wo das eben sehr schwierig war, darüber zu sprechen, das heißt, dass es überhaupt kein Bewusstsein gab und ich war ständig mit Gaslighting konfrontiert. Und das ist dann nicht mehr passiert in diesem Umfeld, was für mich sehr, sehr wichtig war. Und dann, es hat mir geholfen auch zu sehen, dass das spielt sich nicht nur auf der persönlichen, individuellen Ebene, sondern das hat mit einer kollektiven Erfahrung zu tun. Und diese kollektive Erfahrung musste auch ein bisschen amplifiziert werden und das war sehr wichtig für mich, das auch in Europa zu thematisieren, weil sehr oft sprechen wir über Rassismus oder über Diskriminierung als Phänomen, die nur in den USA passieren. Und deswegen ist mir die Idee gekommen, ungefähr, ich würde sagen, zwei Jahre nach dem Forschungsaufenthalt an der Columbia University, wo ich dachte, vielleicht ist es Zeit, eben Intersektionalität zu institutionalisieren und nach Deutschland durchzusetzen und umzusetzen in der deutschen Politik, in den deutschen Diskursen. Intersektionalität gab es längst, auch schon bevor ich das Wort überhaupt kennengelernt habe. Es gab zum Beispiel die Seiltänzerinnen, also ein Text, was von migrantischen Frauen geschrieben wurde, ich glaube, das war in 1993. Und sie haben eben über die Verschränkung von Kapitalismus, von Rassismus, von Sexismus und Patriarchat für ihre Erfahrungen und auch inwiefern es eben sehr wichtig ist, Rassismus reinzubringen in eine antikapitalistische Analyse von Unterdrückung. Es gab auch natürlich Maya Yim und Faber Bekennen, das Buch, was Intersektionalität thematisiert hat und auch wirklich im deutschen Kontext auch beleuchtet hat. Und ADEFRA, auch eine sehr wichtige Gruppe von schwarzen Frauen und auch schwarzen, queeren Frauen, die Intersektionalität auch artikuliert haben und auch gelebt haben und verkörpern. Genau, und sehr viele Einzelpersonen, die das auch gemacht haben, aber dadurch, dass die gesellschaftliche Lage, in der sie sich auch entfaltet haben, war immer noch und bleibt auch sehr, sehr rassistisch Und deswegen war die Reichweite von der Botschaft, von der sehr wichtigen Botschaft, immer noch sehr unterdrückt. Und deswegen, sie haben den Weg geebnet für die Gründung von CRJ. Also wenn es alle diese Frauen vorher und diese Menschen vorher nicht gegeben hätte, wäre das sehr schwierig, eben CRJ gründen zu können. Also das Center for Intersektional Justice wurde in 2017 gegründet, also vor drei Jahren. Und die Idee dahinter war, also alle Menschen, die vereinzelt einen intersektionalen Ansatz adoptieren in ihrer Arbeit, sei es in der Wissenschaft oder als Juristen, Juristinnen oder als Aktivisten, Aktivistinnen, zusammenzubringen und ein Netzwerk zu schaffen, über die Grenzen hinaus. Das heißt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und Intersektionalität als Konzept zu repolizidieren und das Whitewashing, also Weißwaschen, entgegenzuwirken, was in den letzten Jahren, also ich würde sagen, zehn Jahren passiert ist. Das heißt, Intersektionalität wurde genommen aus den USA und die Quellen von Intersektionalität wurden erst mal ausgeblendet oder wenn nicht aktiv ausgeblendet, ich würde auch sagen, von vor allem weißen Wissenschaftlerinnen, die sich das Thema auch eingeeignet haben und das auch als sehr funktionalistisches Instrument benutzt haben. Das heißt, es ist eine Theorie oder ein Werkzeug, eine Rahmenbedingung, die wir anwenden können für unsere Arbeit, für unsere Analyse von Gender. Und das heißt, es wurde meistens in den Gender Studies benutzt und nicht auch mit einer dezidierten antirassistischen Perspektive. Und das war wichtig eben mit der Gründung des Center for Intersectional Justice, nämlich Rassismus und einen Critical Race-Ansatz wieder zu zentrieren. Das heißt, dass wir nicht Intersektionalität als neuen feministischen Ansatz, was auch von weißen Feministinnen benutzt werden kann, ohne dass sie sich aktiv mit Rassismus auseinandersetzen. Die Kernaufgaben des Center for Intersectional Justice sind Advocacy, Research und Training. Wir versuchen eben Rassismus-kritisches Denken in der Politik reinzubringen, wo das bisher nicht so richtig diskutiert wurde. Und nicht nur Rassismus-kritisch, sondern auch Kapitalismus-Kritik. Und das ist, glaube ich, da, wo es am meisten hakt, weil gegen den Kapitalismus zu sprechen bei der Europäischen Kommission ist es zum Beispiel eine sehr schwierige Aufgabe. Aber genau diesen Paradigmenwechsel ist im Grunde eine Änderung des Diskurses. Wie wir bisher über Diskriminierung und Ungleichheiten gesprochen haben, das muss sich ändern. Weil bisher haben wir über Diskriminierung und Ungleichheiten vorrangig als individuelles Problem. Das heißt, es gibt bestimmte Menschen, die diskriminiert werden und wir müssen uns etwas überlegen für diese Menschen. Und wir wollen sagen, nein, Diskriminierung ist ein politisches, kulturelles, historisches und wirtschaftliches System, im Grunde unsere Gesellschaft, die nicht nur eine Form der Diskriminierung in sich hat, sondern wirklich alle Formen zusammenschließt. Und Intersektionalität ist eine Perspektive, die uns hilft, die Verschränkung von den unterschiedlichen Unterdrückungssystemen zu analysieren und zu bekämpfen. Das heißt, die Quelle ist die soziale Hierarchie. Und diese soziale Hierarchie hat nicht nur eine Dimension. Es ist eine Hierarchie mit mehreren Dimensionen, die sich zusammen verstärken. Und wenn wir Rassismus bekämpfen wollen, dann können wir das nur, wenn wir gleichzeitig auch Sexismus und Klassismus und Ableismus und Homophobie, Transphobie, also Cissexismus und Heterosexismus auch bekämpfen. Und die Theorie ist entstanden in den USA, aber das heißt auch nicht, dass es niemals vorher auch nicht konzeptualisiert worden ist. Es kann sehr gut sein, dass es auch in Orten der Welt konzeptualisiert worden ist, wo eben weniger Sichtbarkeit gab, wo die Stimme von den Menschen, die das auch zum Ausdruck gebracht haben, nicht gehört wurde. Und das ist ganz wichtig zu sehen, weil eben wir sind nicht alle gleich, eben in der Art und Weise, wie unsere Wörter auch Echo finden. Aber in den USA von schwarzen Feministinnen wurde es erfunden. Also die erste schwarze Frau, die über ihre besondere Position als schwarze Frau erzählt hat, die Sojourney Truth, die im Mitte des 19. Jahrhunderts über eine Rede gehalten hat, die hieß, Ain't I a woman? Bin ich nicht eine Frau? Und in dieser Rede hat sie über die Ausschlüsse, die sie erfährt, in der feministischen Bewegung, die damals von weißen Frauen dominiert war. Und viele von diesen Frauen haben auch von der Sklaverei weitestgehend profitiert, weil sie kein Land besitzen durften, aber sie durften versklavte Menschen besitzen. Deswegen gab es da auch eine sehr große Ambivalenz sozusagen und sehr große Schwierigkeiten für schwarze Frauen eingenommen zu werden und auch gehört zu werden. Und andererseits, das war auch schwierig für sie als Frau in der abolitionistischen Bewegung, die damals auch von Männern, von schwarzen Männern dominiert war. Und sie hat von dieser Position gesprochen. Und das ist, glaube ich, so dieser Schnittpunkt von Rassismus und Sexismus, was sie zum Ausdruck gebracht hat und die auch später von vielen anderen schwarzen Frauen und Frauen of Color aufgegriffen worden ist. Unter anderem von Bell Hooks, von Audre Lorde in den USA, von Angela Davis natürlich, aber auch hier in Europa. Also Maya Im hat auch sehr viel darüber gesprochen. Marie Skondé in Frankreich und in den Antillen zum Beispiel. Gayatri Spivak in Indien. Es gab sehr viele Ausdrücke eben von dieser Position. Chandra Talpade Mohanty auch hat über Third World Feminismus. Und es ging bei denen immer darum, die Privilegien und die Ausblendung von Rassismus in feministischen Bewegungen. Und diejenige, die das Wort erfunden hat, heißt Kimberly Crenshaw. Und sie hat eben anhand eines sehr bekannten Falls die Rechtslücke beschrieben, in der schwarze Frauen sich befinden, weil sie weder aufgrund der Hautfarbe noch aufgrund des Geschlechts durch das Antidiskriminierungsgesetz geschützt wurden. Sie wurden massiv entlassen, nur schwarze Frauen. Und in ihrer Situation wurden weder schwarze Männer entlassen, das heißt aufgrund der Hautfarbe könnte es keine Diskriminierung darstellen, und keine weißen Frauen wurden diskriminiert oder wurden entlassen. Diese besondere Position hat sie beleuchtet. Also zu den Menschen, die sagen, oh, ich will nicht über Unterschiede sprechen. Das heißt, wenn jemand mir sagt, oh, für mich bist du nicht schwarz, dann sage ich, ja, es gibt etwas, was dich unbequem macht. Und du musst das angehen, nicht meine Hautfarbe. Weil die Tatsache, dass du jetzt meine Hautfarbe ausblendest, mildert auch dein Unbehagen damit. Aber das Unbehagen kommt aus der Hierarchie, was dich als weiße Person ganz oben platziert und ich ganz unten. Aber was gut wäre, wäre, wenn du als weiße Person sehen würdest, ah ja, ich fühle mich da irgendwie unbequem, was ist es? Und zu sehen, ja, was mich unbequem macht, ist diese Hierarchie, die mich ganz oben platziert, nämlich die weiße Vorherrschaft. Das Buch heißt Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Und Why We Matter ist eine rhetorische Frage. Das ist jetzt nicht, es geht nicht darum, weiße Menschen zu erklären, warum wir genauso viel wert sind wie weiße Menschen, sondern es ist ein Statement. Das heißt, anhand von unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensbereichen erkläre ich, wie Unterdrückung als historisches, wirtschaftliches, gesellschaftliches System funktioniert. Und wie das sich materialisiert in unserem Leben, ohne dass wir das merken. Und wie wir alle Träger und Trägerinnen von Unterdrückung sind in unserem täglichen Denken, Handeln und Projektierungen. Und es gibt acht Kapitel, glaube ich, ich weiß inzwischen nicht mehr, wie viele genau, aber es gibt so zu Hause, in der Schule und an der Uni, in den Medien, im Gerichtssaal, im Krankenhaus, auf der Straße, im Körper der Frauen. Und bei jedem Kapitel gebe ich sehr konkrete Beispiele und versuche eben unser System zu dekonstruieren und zu verstehen. So, Unterdrückung ist sehr machtvoll. Es ist auch ein sehr altes System, das mehrere Schichten hat, mehrere Dimensionen hat und das auch ständig verstärkt wird. Solange es Rassismus in Deutschland gibt, gehört Rasse im Grundgesetz. Jeglicher Versuch, Rassismus und Diskriminierung bequemer zu machen für die deutsche Gesellschaft und für weiße Menschen, in dem Rasse nicht mehr ausgesprochen wird, weil es erinnert an der Shoah, an das Genozid und es gibt eben den Wunsch der deutschen Gesellschaft, sich davon zu distanzieren und das ist verständlich, natürlich. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass die Muster sind immer noch da. Und solange diese Muster noch in dem Leben von nicht-weißen Menschen in Deutschland wirken, brauchen wir Rasse im Grundgesetz. Rassistische Zuschreibung ist für mich keine gute Alternative, weil nicht alles, was mit Rasse oder Race zu tun hat, ist rassistisch. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin schwarz, ist es nicht rassistisch. Es ist keine rassistische Zuschreibung, zu sagen, ich bin schwarz. Es kann ein empowerndes Begriff sein, wo ich das auch als Identität behaupte und dazustehe. Rasse zu streichen gilt für mich auch als Teil einer Kultur und diese Kultur dient der weißen Verletzlichkeit, indem alles bequem gemacht wird. Und wir dürfen nicht bequem bleiben, weil Rassismus ist für Millionen Menschen unbequem und wir müssen das aushalten. Wir müssen diese Unbequemlichkeit aushalten, damit wir die Systeme, die diese Unbequemlichkeit schaffen, effektiv angehen können. Das war jetzt für mich so der Hauptgrund, warum Rasse beibehalten werden sollte. Es gibt auch neben den theoretischen, politischen, aktivistischen Gründen auch juristische Gründen. Und zwar, dass diese Kategorie, diese rechtliche Kategorie, ist auch eine einheitliche Kategorie, die international gilt, auch in internationalen Konventionen und Abkommen. Und klar, so ein Gegenargument wäre, ja, aber wenn wir alle Rasse streichen, dann können wir auch die internationale Konvention ändern. Ja, es wäre möglich, aber meiner Meinung nach würde es wirklich sehr schädlich sein für Antidiskriminierungsrecht, für Antirassismus, Bewegungen. Und ein anderes Grund ist, dass die Idee, die dahinter steckt, ist, also es gibt drei. Eine ist, Rassismus, also Rasse gehört in der Vergangenheit, weil das ist eine biologische Kategorie. Ja, das war als biologische Kategorie gedacht und es gibt keine menschlichen Rassen. Ja, absolut recht. Aber dann müssten wir das Gleiche machen mit allen anderen Kategorien. Wir müssten das auch mit Ethnizität machen, wir müssten das auch mit Gender machen, wir müssten das auch mit Behinderung machen, weil alle diese Kategorien sind Konstrukte. Es gibt keine biologische Grundlage für keinen von diesen Kategorien. Und wenn wir jetzt Gender sagen, aber rassistische Zuschreibung, dann sollten wir auch sexistische Zuschreibung sagen für Gender. Es würde uns für alle als komplett hierfür scheinen und das wäre es. Wir könnten das nicht machen. Und genau, also deswegen, also dieses Grund, so dass es sei ein biologisches, also es sei in keiner biologische Kategorie, ist für mich kein Grund. Und dann die dritte, also eine Rechtfertigung ist auch, dass Rasse als sich rassistisch sei, weil es eben Menschen verletzen würde. Was Menschen verletzt, ist die Hierarchie, nicht die Differenz. Was mich verletzt, ist nicht meine Hautfarbe. Ich würde meine Hautfarbe für nichts in der Welt ändern. Was mich verletzt, ist die Hierarchie, die meine Hautfarbe als Unterlegen konstruiert. Und deswegen müssen wir uns dieser Hierarchie widmen und nicht die Kategorien. Deswegen, also weiße Vorherrschaft nennen und bekämpfen, bevor wir überhaupt Rasse vom Grundgesetz streichen wollen. Wenn wir sicherstellen, dass wir die Menschen innerhalb, also Minderheiten, innerhalb von Minderheiten, Diskriminierung, innerhalb von Diskriminierung, Ungleichheiten, innerhalb von Ungleichheiten bekämpfen. Nämlich, wenn wir in der schwarzen Community gucken, nach einer Person, die hypothetisch wäre und sie wäre schwarz, sie wäre trans, behindert, aus der Arbeiterklasse und sie würde aus IT kommen, sagen wir. Wenn wir sicherstellen wollen, dass es dieser Person in unserer Gesellschaft gut geht, dass sie Zugang zu Rechten hat, zu Ressourcen hat, dass ihre Stimme in der Politik gehört wird, ihre Interesse auch verteidigt werden, dass sie sicher in der Gesellschaft leben kann und nicht belästigt wird von Menschen auf der Straße, von der Polizei oder anderen, dann müssen wir alle Systeme bekämpfen, die die Marginalisierung von dieser Person zugrunde liegen und produzieren. Wir müssten Transphobie, also Transfeindlichkeit, Antischwarzen Rassismus bekämpfen, wir müssten auch alle Regelungen und alle Gesetze, Asyl- und Migrationsgesetze, die im Moment diskriminierend sind, auch bekämpfen. Wir müssten auch sicherstellen, dass diese Person so ein Existenzminimum hat, wo sie wirklich sicher sein kann. Wir müssten Polizeigewalt auch bekämpfen und wir müssten auch dafür sorgen, dass es Barrierefreiheit gibt und dass Menschen mit Behinderung auch nicht ständig ausgeschlossen werden aus unserer Gesellschaft. Und wenn wir das schaffen, würde es nicht nur dieser Person besser gehen, sondern allen anderen Personen aus den jeweiligen Gruppen. Deswegen, ein intersektionaler Ansatz kann wirklich sehr, sehr viel bewirken, weil statt einen Trickle-Down-Effekt zu haben, wo wir denken, okay, wenn die meist privilegierten Menschen etwas bekommen, dann werden automatisch die anderen das auch haben. Das stimmt nicht. Andersrum stimmt es wohl. Und deswegen möchte ich ein Zitat von Kimberley Crenshaw nennen. Sie sagt, A truly intersectional Feminism can reach everyone on the planet. Und Feminism könnte durch Antirassismus oder Policy oder Ansatz ersetzt werden. ein Zitat von Kimberley Crenshaw und der Ansatz von Kimberley Crenshaw zpert von Kimberley Crenshaw Vielen Dank.